Das war das letzte Mal, dass wir auf der Wiesn scheißen. So wie das da läuft, ist das falsch. Die meinen alle, wir haben einen Geldscheißer. Ein Liter Spezi für fast 10 Euro, seid ihr nicht ganz sauber oder was? Für schlecht eingeschränkte Masbier legst du fast 12 Euro hin. Weil dafür Masbier, dass ihr euch nicht schreibt. Mit den Preisen und Ausländern könnt ihr es ja von mir aus machen. Aber dass ihr uns Bayern so über den Tisch zähn mögt. Wir junge Leute haben doch vor lauter nichts da eh nicht mehr so viel Geld. Das gehört sich in meine Augen boykottiert. Fix, wir haben doch bloß einen Durst. Wie schaut dir das aus, wenn ich irgendwann einmal meinem Bankberater sage, hey, ich brauche einen Kredit und er fragt mich, ja für was? Für sie Massen, ein bisschen was zum Fressen und einen verdammten Platz im Bier zahlt. Vergiss das, ich kaufe mir jetzt bei Medica für 15 Euro an den Kasten Augustiner und dann hau ich mich weg. Freibier von Future. Danke, Fressi. Applaus 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 Vielen Dank.